Ich freue mich auf Leipzig, weil ich meine Leistung zeigen kann, mich auf die Stimmung freue und mich mit meinen internationalen Kollegen messen kann. Ich freue mich auf Leipzig, da ich da mal meine Kräfte mit anderen Mitbewerbern messen kann im Bereich Kfz-Mechatronik und auch mal so ein nationales Typikum kennenlerne und andere Leute, andere Länder kennenlerne. Leute, kommen nach Leipzig, es wird auf jeden Fall cool, verschiedene Leute kennenzulernen aus verschiedenen Nationen, die Stimmung grandios, ihr lernt was dabei, ihr könnt euch weiterbilden und vielleicht seht ihr uns und auch die anderen Kollegen von mir, die den ersten Platz erreichen wollen und drückt uns die Daumen. Kommt vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. цел